Hallo, ich bin der Raimund und bin für das Graf Maga in der Florigen-Alts-Akademie zuständig. Was ist Graf Maga? Graf Maga ist ein einfaches Selbstvertretungs-Konzept, das für jeden Menschen geeignet ist. Ob groß, klein, fliegt, dünn und jung. Es gibt mehrere Arten vom Graf Maga. Das zivile Graf Maga für Security und Polizei und natürlich das Militärische. Wir in der Florigen-Alts-Akademie bieten das zivile Graf Maga. Mir und unserem Team ist es ganz, ganz wichtig, dass wir niemanden unterrichten von dem, was wir geschützen wollen. .